Was macht es mit dir, wenn du daran zurückdenkst, dass Jugendliche mit dem Polizeiauto durch Parks gejagt wurden, weil sie sich die Hand gegeben haben? Und den Mindestabstand nicht eingehalten haben, das war ja das Lustige dabei. Schöne Grüße nochmal an die Polizisten, die damals in dem Streifenwagen saßen. Ihr seid die Helden, ja, wunderbar. Denn wir werden uns jetzt über Karl Lauterbach unterhalten, beziehungsweise mit Karl Lauterbach beschäftigen. Wir schauen uns jetzt nochmal seine größten Fehler an, ja, und wo er nachweislich sogar gelogen hat, wo er einfach seine wunderbaren Fehlanalysen betrieben hat. Und wir schauen uns das nochmal an, was Lauterbach da so fabriziert hat. Und los geht's. Das ist die Seuche unserer Zeit. Verrückte führen Blinde. An welchen Politiker denkt ihr bei diesem Zitat von William Shakespeare? Ähm, lass mich kurz überlegen. An jeden Politiker. Man könnte natürlich an diese Person denken, aber sind wir uns doch mal alle einig, wir alle denken nur an ihn. An Karl Lauterbach. Ladies, oder? Seid ehrlich. Komm, seid ehrlich, liebe, liebe Ladies da draußen, oder? Das ist doch wirklich... Hier, komm, ich will, dass ihr das nochmal alle genießt. So, lass es auf euch wirken. Ähm, ah, hey. Ja, ich finde, wisst ihr, was ich das große Problem bei der ganzen Geschichte finde? Ich glaube, dass Lauterbach Potenzial gehabt hätte als Comedian, so als Comedy-Schauspieler, sowas. Ich glaube, Karl Lauterbach hätte richtig Karriere machen können als Schauspieler. Also, abseits des Polizischaffens, da ist er ja auch als Schauspieler unterwegs. Aber, mach das wirklich ernst, der hätte richtig Karriere machen können, wenn er so Schauspieler geworden wäre. So, und man ihn so in misslichen Situationen gesehen hätte und am Ende schafft er es dann immer, da rauszukommen oder so. Ja, wenn er kein Politiker geworden wäre, glaubt es mir, der wäre ein richtig guter Schauspieler geworden. Schade. Er hätte Potenzial gehabt, das sage ich euch. Er ist die größte Fehlbesetzung aller Zeiten und ein Rücktritt ist überfällig. Und heute möchte ich mit euch ein paar Sachen über Karl Lauterbach herauskramen, die dem einen oder anderen vielleicht gar nicht bekannt sind und die nur unterstreichen, dass er völlig fehl am Platz ist. Nicht nur ich nenne Karl Lauterbach Karl-Latan, sondern auch der Journalist Thomas Kupo. Und der hat einen investigativen Artikel geschrieben mit dem Titel der Karl-Latan. Was es damit auf sich hat, darüber werden wir natürlich gleich sprechen. Karl Lauterbach ist wohl der umstrittenste Politiker in Deutschland. Er ist eng verbunden mit der deutschen Corona-Politik. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber der Gesundheitsminister wurde einst als überführter Schelm entlarvt, wie die Welt in einem Artikel mit dem Titel der dunkle Fleck in Lauterbachs Vergangenheit enthüllte. Basierend auf der investigativen Arbeit von Thomas Kupo in seinem Artikel der Karl-Latan. Archivdokumente belegen, wie Karl Lauterbach 1995 schon seinen Lebenslauf fälschte. Ja, du hörst richtig, er frisierte ihn. Karl Lauterbach scheint seinem eigenen Rat gefolgt zu sein. Er hat nämlich mal gesagt, die Wahrheit führt in sehr vielen Fällen zum politischen Tod. Ja, da hat er wohl vollkommen recht. Auch wieder ein sehr schönes Symbolbild, was wir hier geliefert bekommen. Ja, was ich aber auch noch eben darauf hinweisen wollte, ne, also die Mainstream-Medien, wie jetzt Welt in dem Fall, die berichten ja auf jeden Fall schon mal. Das ist wirklich so, wo man ganz offen und ehrlich sagen muss, dass sie aber eine Paywall dazwischen machen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Die machen das sehr, sehr gewitzt. Die berichten so, dass immer eine Paywall da ist, dass die Leute dafür bezahlen müssen. Also die lassen das dann in der Regel immer so, man kann schon fast sagen, so hinter verschlossenen Türen. Nur jeder, der den Schlüssel hat, darf mal rein und darf sich dazu was angucken. Aber dass sie das so frei für jeden zur Verfügung stellen, ja, das ist dann schon so eine Sache für sich, ne. Dass das irgendwie nicht gemacht wird, weil es soll dann scheinbar doch der Mainstream da draußen, also die meisten Menschen sollen dann doch nicht alles sehen. Ja, Herrschaftszeiten. Und das passt ja wie die Faust aufs Auge. Denn das Narrativ um Corona bröckelt ja an allen Ecken und Enden. Es war eine große Lüge. Wir alle wurden jahrelang an der Nase herumgeführt. Zu den RKI-Falls brauche ich gar nichts mehr sagen. Ich habe dazu Videos gemacht. Und wenn du zum ersten Mal hier bist und mich unterstützen möchtest, freue ich mich natürlich über ein Abonnement. Aktiviere unbedingt die Glocke, dann wirst du immer informiert über neue Videos. Und du kannst mich auch monetär unterstützen als Kanalmitglied. Weitere Informationen natürlich hier in den Shownotes. Fauci wurde jetzt in den USA entlarvt. Nämlich, wir alle wussten es schon vor Jahren, weil ich habe ja mit Roland Wiesendanger Videos dazu gemacht, dass das Coronavirus eben nicht irgendwie von einem Tiermarkt in Wuhan ausgebrochen ist, sondern aus einem Labor gekommen ist, nämlich dem Wuhan Corona-Labor. Ja, du hörst richtig. Name ist Programm. Ja, ihr wisst, dass ich da ein Problem mit habe. Ihr wisst, dass ich jedes Mal, wenn darüber gesprochen wird, ich mich so ein bisschen darüber aufrege, weil ich finde, dass das ein Strohmann ist, der dadurch jetzt natürlich wieder an Bedeutung gewinnt, indem man dann dem angeblichen Virus die Legitimierung zuspricht. Das ist das Problem. Und das ist ja das, was die Leute im Hintergrund wollen. Die wollen ja, dass man quasi daran glaubt, dass es so war. Ihr versteht. Weil im Endeffekt könnte man ja auch sagen, da war nichts. Aber das wollen die ja nicht, weil man muss es ja glauben. Das ist natürlich eine Biowaffe. Interessanterweise sogar mit US-Steuergeldern mitfinanziert. Ja, du hörst richtig. Und Fauci hat noch 2021 vor dem Kongress gelogen. Aber jetzt ist es endlich raus. Wir alle wissen, es ist ein Virus aus dem Labor. Es ist ein Kampfstoff. Und so wie Fauci. Fauci ist sowas wie der amerikanische Carl Artan. Haben wir halt auch Karl Lauterbach, der ebenfalls gelogen hat. Wir alle erinnern uns natürlich an die berühmten Aussagen wie, ja, die Impfung ist nebenwirkungsfrei. Oder nur bis Ostern, nur noch ein Pieks. Und dann ist es vorbei. Und wir tun auch diese Menschen, also, sei ihr mal leid, die, sag mal so, zögern. Auf der anderen Seite müssen wir auch vermitteln, was ja auch so ist. Die Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Ja, die sind nebenwirkungsfrei, so ein D, ja. Ach, diesen Ausschnitt haben wir schon 5000 Mal mittlerweile gesehen und der ist immer wieder gut, ja. Ja, also nochmal für alle Leute da draußen, die vielleicht sich jetzt zufällig auf dieses Video hier verirren sollten oder hier in den Livestream, ja. Ja, also schaut euch mal an, was da euer heiliger Impfpapst gesagt hat. Ja, dass sie nebenwirkungsfrei sind. Aber gut, die meisten Leute bringen es ja eh nicht in Verbindung. Das ist ja das Problem. Das ist auch ein anderes Thema. Da werden wir uns gleich mal nochmal vielleicht kurz drüber unterhalten. Sie können die Verbindung ja gar nicht herstellen. Das muss immer wieder gesagt werden. Und wenn ein Politiker selbst sogar sagt, dass die Wahrheit zum politischen Tod führt, dann überlegt euch einmal, wie dieser Mensch gestrickt sein muss. Und Lügen pflastern seinen Weg und seine Karriere. Selbst sein Untertan und Kollege Lothar Wieler, der berühmte Tierarzt vom RKI, wurde von Karl Atan ins Kreuzfeuer genommen, als er ihm die Schuld an der vom RKI veranlassten Verkürzung des Genesenenstatus auf drei Monate gab. Eine unglaubliche Schuldzuweisung. Schließlich hatte das Gesundheitsministerium die Kontrolle über das RKI. Also eigentlich war Lauterbach dafür zuständig. Und es ist äußerst unwahrscheinlich, dass Wieler das Ministerium von Lauterbach umgangen hat, um die Verkürzung durchzusetzen. Wie in diesem Video aufgeführt zu den RKI-Files, liegt es eher daran, dass der Impfapostel Lauterbach dieses unbedingt durchdrücken wollte, um den Druck auf Ungeimpfte weiter zu erhöhen, die durch die Corona-Zeit gekommen sind. Weil Lauterbach es nicht ertragen konnte, dass Menschen seinem Impfbefehl nicht gehorchten und es wagten, ihre eigene Meinung zu haben. Und natürlich die körperliche Unversehrtheit als Grundrecht zu verteidigen. Wie konnten sie es auch wagen, dem Impfmesisier zu widersprechen? Lauterbach ist aber nicht nur ein Kalater, nein, er ist auch ein Blender. Er hat zum Beispiel Studienergebnisse fehlinterpretiert. Er war ein Verfechter von Impfpflichten, strikten Kontaktverboten und drängte sogar auf die Impfung von 5- bis 11-jährigen Kindern. Nochmals, für einen nicht wirklich geprüften, überprüften Impfstoff, für die nach seiner eigenen Meinung sogar die Impfung, nicht die Erkrankung, eine Gefahr darstellte. Muss man sich mal überlegen. Und aus all diesen Gründen ist er zweifellos eine unheilvolle Figur, der niemals das Amt des Gesundheitsministers hätte bekommen sollen. Sein Lebenslauf sind geprägt durch nachgewiesene Schummeleien, durch Lügen und durch Blenden. Was kaum jemand weiß, ist ja, dass er vor einigen Jahren sogar umstrittene Diätmedikamente empfohlen hatte. Ja, das stimmt. Und das ist so, was Dr. Gunter Frank auch gesagt hatte. Der hatte nämlich dann, ich glaube, bei Bild.de um Viertel nach 8 hat er, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass er in der Vergangenheit gefährliche Medikamente gefeatured hatte, so hat er das ausgedrückt, wo auch nachweislich Leute daran gestorben sind. Und das wurde dann irgendwann vom Markt genommen. Also der gute Lauterbach hat tatsächlich schon mal in der Vergangenheit auch mal Medikamente angepriesen, die nicht so wirklich gut waren für die Menschen, die es dann genommen haben. In dem Fall war es ein Diätmedikament. Wenn es da irgendwie Rückverbindungen gab oder Bezahlungen, sei mal hingestellt, auf jeden Fall wurde dieses Medikament irgendwann vom Markt genommen. Mit einem aufgehübschten Lebenslauf, um es mal diplomatisch auszudrücken, hat er sich aufgrund von falschen Tatsachen verschiedene Jobs im universitären Bereich ergattert und wirklich eigentlich de facto gelogen. Wie ist das möglich? Er hätte nämlich behauptet zum Beispiel, er hätte unterschiedliche Gelder für verschiedene Studien generiert, was aber nachgewiesen eine Lüge war. Ob er jemals in Harvard studiert hat, wage ich auch zu bezweifeln. Hört mal sein Englisch an. This is an untenable situation, one of the issues we address here in this community. Okay, ja, also, ihr hört jetzt anhand des wunderbaren, vor allen Dingen auch akzentfreien Englisch von Karl Lauterbach, dass er auf jeden Fall da studiert hat. Natürlich hat er da studiert in Harvard. Klar, natürlich. Was denkt ihr denn? Auf jeden Fall. Das wollen wir hier mal nicht anzweifeln. Vielleicht war er eingeschrieben, aber wir waren nicht dort. Ob er überhaupt irgendwas... Das war auch gut. Vielleicht war er eingeschrieben, aber war nicht dort. Und hier fand ich auch gut, was Karotte geschrieben hat. Englischlehrer war Klaus Schwab. Das kann sein. Andere Frage. Aber er hat Gesundheitsmanagement studiert und eben nicht Medizin. Hier mal eine Originalaussage von Karl Lauterbachs Ex-Frau. Und die muss es ja wissen, weil die ist wirkliche Expertin. Tragen Sie jetzt auch Maske dann bei privaten Partys? Nein, wie gesagt, ich bin Wissenschaftlerin und Epidemiologin, keine Politikerin. Und für mich zählen immer die Fakten. Und ich finde es nicht korrekt, wenn man nach Ablauf einer derartig milden Infektion behauptet, das wäre also der größte Killer und die größte Gefahr. Weil man das Handwerk verstehen muss. Man muss die Daten und Zahlen analysieren. Und man muss sich auch Zeit nehmen. Ein Politiker hat keine Zeit. Der lässt sich auf alle möglichen Themen ein und muss in dieser Talkshow und in jener Talkshow über Bildungsfragen genauso sprechen wie über Corona. Ja, mag sein. Also diese Kritik, sage ich jetzt mal, die würde ich mir sogar noch gefallen lassen und sagen, ja, beziehungsweise diese Aussage, ein Politiker hat halt keine Zeit. Ja, okay, würde ich es noch so zulassen. Aber dann würde ich ja eben sagen, dann muss der Politiker aber Berater an seiner Seite haben, die sich absolut, hundertprozentig mit der Sachlage auseinandersetzen und auch vor allen Dingen das Fachwissen darüber haben. Wir reden von richtigen Fachwissen. Und dann hätte man ihn hier, der es ja immer angeblich alles besser weiß, so beraten müssen, dass das normalerweise, was er da so vom Stapel gelassen hat, dass das niemals zustande gekommen wäre. Das, was wir da in der Vergangenheit über Karl Lauterbach gesehen haben. Also von daher muss man da schon sagen, also in meinen Augen würde man schon fast eine gewisse Absicht vermuten. Das funktioniert nicht. Also man muss sich schon hinsetzen und die Zahlen richtig analysieren. Ja, das hat die Gute gesagt bei ServusTV. Die Nachrichten sind nie wieder aufgetreten. Das Problem mit deutschen Politik ist, dass wir eine unglaubliche Negativauslese erleben. Wie kann es sein, dass jemand, der keine Schulausbildung hat, der nichts gelernt hat, tatsächlich bestimmt, wie wir unser Leben zu leben haben? Das ist eine Hybris, eine unglaubliche Arroganz. Mein Vorschlag nach wie vor Amtszeitbegrenzung und natürlich das Politikergehalt an das vorherige Gehalt knüpfen. Weil dann hätten wir die ganzen Leute aus den Universitäten, die niemals gearbeitet haben, eben nicht da, weil dann wäre eher Lohn null. Da hätten die gar keinen Antrieb dazu. Dann müssten die nämlich ehrenamtlich arbeiten. Ja, richtig. So müsste man das mal machen. Und dann wären nämlich die ganzen Ungelehrten, die im Vorfeld nichts gemacht haben und einfach Politiker werden, wären, dann würden sie nämlich nichts verdienen. Und dann hättest du nämlich auch solche Menschen in diesen Positionen nicht. Und von mir aus können die dann Millionen verdienen, wenn es dann irgendwie ein erfahrener Manager ist oder ein Unternehmer oder was auch immer. Gar kein Problem. Aber diese Negativauslese, Fehlbesetzung, die wir momentan erleben, ist einfach nicht mehr tragbar und wird uns leider immer mehr Wohlstand kosten. Lauterbach ist ein manipulativer Karrierist, der Politik betreibt, als ob er kein Gewissen hätte. Ich meine, dass wir Pfizer-Geheimverträge haben, geschenkt. Aber dass die RKI-Files zum Großteil geschwärzt sind, zeigt doch, dass man hier nicht mit offenen Karten spielt. Und die Entschwärzungen der RKI-Files belegen, wie skrupellos Karl Artan während Corona agiert hat. Die Bundesregierung hat in einem Schreiben an den Frankfurter Arzt Christian Hafner wichtige Passagen aus den eingeklagten Protokollen des Corona-Expertenrats entschwärzt. Und siehe da, aus den Entschwärzungen geht hervor, dass unter anderem Karl Lauterbach dem Kremium im Winter 2021 Vorschlug, Ungeimpften den Zutritt zeitig fest zu Restaurants und Einkaufsläden vollständig zu verwehren. Selbst wenn diese Personen den amtlich anerkannten Genesen-Status hätten nachweisen können. Man wollte die Menschen auf höchstmögliche Art aus dem gesellschaftlichen Leben ausgrenzen, sie für vogelfrei erklären und eigentlich so massiv unter Druck setzen, damit sie endlich in die heilbringende Spritze reingetrieben werden. Ja, nicht nur das, sondern man wollte die Leute natürlich auch hörig trimmen. Quasi, dass die Leute sich daran gewöhnen und dass sie ein so gesehenes neues Lebensprinzip annehmen. Ja, und man hat ja auch bewusst für Spaltung gesorgt. Ich meine, man hat es ja selber gemerkt, man hat die Ungeimpften ganz klar von den Geimpften auch getrennt. Das war auch politisch zu beobachten, wie das auch von oben ganz klar, ja, ich sage mal, gesteuert worden ist. Und die Leute haben natürlich, die an all das geglaubt haben, brav mitgemacht, haben sich natürlich immer über die Leute aufgeregt. Und es sind Idioten, die immer noch ungespritzt durch die Gegend laufen. Die wissen ja nicht, was die tun. Die sind ja eine Gefahr für uns. Und tralala, die halten den ganzen Laden hier nur auf. Ihr kennt ja diese ganzen Sprüche. Und man hat ja auch bewusst gespaltet oder gespalten. Und das hat ja schon alles seinen Sinn und Zweck damals gehabt, ja. Gut, man redet von damals, als ob es schon 50 Jahre her wäre. So lange ist das Ganze noch gar nicht her. Und jetzt, ich sage es immer wieder an der Stelle, ist es auch sehr lustig zu betrachten, ja, das quasi, und das finde ich noch lustig, die Leute, die da brav mitgemacht haben und die auch zu 100% dahinter standen. Das hat sich ja jetzt alles um 180 Grad gedreht, also wirklich alles. Und die wissen ganz genau, dass sie einen ganz großen Fehler gemacht haben. Ja, und das erkennen wir aktuell halt bei den Menschen, ja, dass die ihren Kopf in den Sand stecken oder versuchen mit absolut abstrusen Erklärungen dagegen zu argumentieren. Und man sich echt die Frage stellt, ja, woher hast du denn das jetzt bitte? Also das gleicht sich ja mal so gar nicht mit der Realität ab. Also das ist schon so ein leichtes Geschwurbel, was du da an den Tag legst. Das muss man schon sagen. Also eher so Wunschdenken, kann man sagen. Wie asozial geht es eigentlich noch? Das ist unmenschlich, das ist Faschistoid. Was ist deine Meinung dazu? Schreib es mal in die Kommentare. Ich, ich finde es unfassbar, ich bin fassungslos. Gut, der Vorschlag wurde schließlich nicht umgesetzt. Aber dass man überhaupt so krank denken kann. Wie ideologisch dogmatisch muss man sein, um Menschen sowas anzutun? Es ist unklar, welche Experten im RKI oder im Gesundheitsministerium Lauterbach von seinen radikalen Ideen abbrachten oder ob er sich selbst korrigiert und Einhalt gebot. Im Protokoll des Expertenrats vom 28. Dezember 2020... Ich dachte gerade, man, was geht bei dem die Lichter aus? Ich dachte, was ist das gerade? War ein komischer Übergang gerade. Ich habe mir so gedacht, bei dem fällt gerade das Licht aus hier. Oder in dem Studio oder in dem Zimmer, wo der aufnimmt. Sich selbst korrigiert und Einhalt gebot. So, komisch, ne? Der Übergang war schon ein bisschen komisch gerade so. Im Protokoll des Expertenrats vom 28. Dezember 2021 heißt es, Bundesgesundheitsminister Lauterbach ändert seinen in der letzten Sitzung unterbreiteten Vorschlag, in Klammer 1 gegen Gastronomie und Handel, dahingehend ab, dass auch Zweigeplus in der Gastronomie denkbar sei, wobei Geboostete vom Testfordernis ausgenommen werden. In der Gastronomie besteht grundsätzlich ein höheres Infektionsrisiko, keine Masken am Platz, ältere Kunden und so weiter. Ja, also das kennen wir ja alles, das haben wir ja alles gesehen. Und es war wirklich damals so, ich kann es jetzt nur noch mal sagen, es hat mich zu keiner Zeit damals irgendwie unter Druck gesetzt. Ich bin ganz ehrlich, ich meine es wirklich ernst. Und ich hätte das, glaube ich, auch noch in den nächsten zehn Jahren so durchziehen können. Also mich hätten die niemals vom Gegenteil überzeugen können. Also ich sage es euch so, wie es ist. Ja? Also, wenn ich in kein Restaurant mehr reinkomme, da sage ich ganz klar, interessiert mich nicht, dann koche ich halt immer selber. Dann brauche ich in kein Restaurant reinzugehen. Da bin ich ganz rigoros. Da sage ich, ey, ganz ehrlich, macht da eure Sache. Ja, wenn ihr der Meinung seid, euch daran halten zu müssen, dass ihr in der Gastronomie ungeimpfte Leute aussperrt, ja, oder eher gesagt, ungebratwurstete Leute aussperrt, dann ist das okay, dann macht das. Ja, ihr werdet mich dann sowieso niemals wiedersehen. Und dann ist doch okay. Dann macht das so. Und auch was andere Dinge angeht, das wäre mir egal gewesen. Sollen sie machen hier, dass ich in keinen Klamottenladen mehr reinkomme. Oh, Hilfe. Oh, das ist aber jetzt. Oh, das ist aber schade. Ja, interessiert mich doch gar nicht. Bestell dich einfach im Internet, lass das liefern und fertig. So, ja. So, und Supermarkt. Supermarkt hätte es eh niemals gegeben. Und ja, und wenn es im Supermarkt so gewesen wäre, hätte ich mir das Essen einfach liefern lassen. Ganz einfach. So einfach geht das. Also, wie gesagt, mich hat es zu keiner Zeit interessiert. Mich konnten sie zu keiner Zeit erpressen. Und ich fand das einfach nur noch lustig, das Ganze. Und ich habe mich da auch sehr drüber amüsiert. Und ihr seht ja, das Ganze hat auf Dauer nicht funktioniert. Und es wird auch so in dieser, ich sage mal, Hülle und Fülle nicht mehr funktionieren, wie es damals funktioniert hat. Obwohl man immer dazu sagen muss, die Dummheit der Menschen ist grenzenlos. Ich weiß. Aber ich glaube nicht, dass es nochmal so funktioniert. Ihr wisst ja, wer saß, war sicher, wenn man aufstehen wollte, um zu Klo zu gehen, musste man die Maske tragen. Es war eine irre Zeit. Es war auch ein Intelligenztest. Und nachdem Lauterbach bei den Experten mit seiner drakonischen Regel offenbar nicht durchgekommen war, für kurz das RKI zufälligerweise im Januar, also einen Monat später 2022, schließlich den Genesenen-Status von sechs auf nur drei Monate, ein Schäme, wer Böses dabei denkt, ja nochmal ein bisschen den Druck erhöhen auf die Ungeimpften, damit das Leben noch schwerer wird. Weil auf einmal waren alle Genesenen Bürger zweiter Klasse. Obwohl es etliche Daten und Fakten gab, die zeigten, dass ein Durchmachen der Krankheit eine deutlich bessere Immunität gewährleistete. Und da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass ich das auch im Spiegel-Streitgespräch mit Peter Bofinger damals sagte, dass die Herdenimmunität natürlich viel besser sei, als eine neue Impfung, die wirklich nicht nachweislich getestet wurde. Was habe ich da für einen Shitstorm bekommen? Ich weiß nicht, ob der Spiegel mich noch einlädt. Schreibt den mal und fragt, ob ich mich nochmal zum Streitgespräch mit Bofinger einladen. Und der hat auch gesagt, Bitcoin ist ein Scam und ist ein Monopoly-Geld und wird auf Null fallen. Und der war wirtschaftsweise der Regierung. What? Ich habe Peter Bofinger natürlich auch mehrfach hier für den Kanal eingeladen. Er wollte nicht. Er wollte nicht. Ich glaube, es ist ihm fast schon peinlich, wie sehr er falsch lag bei Corona, bei der Wirtschaft, bei Inflation oder eben auch bei Bitcoin. Ja, das ist doch immer wieder dasselbe, Leute. Das ist doch immer wieder... Moment. Es ist doch immer wieder... Ich sag's ja, guck mal, ich sag's immer wieder. Ja, guck mal, Leute. Diese Menschen, die damals komplett falsch lagen. So, und die heute natürlich immer noch falsch lagen. Das ist ein psychologisches Phänomen. Wir haben es auch schon so oft durchgekaut. Die meisten Menschen sind nicht dazu in der Lage, selber zu reflektieren. Das ist einfach so. Und im Grunde genommen muss man sagen, dass diese Menschen, die heute komplett, also man kann schon fast sagen, schachmatt gesetzt worden sind, die sind zu stolz dafür. Das ist diese innere Aggressivität. Weil die wissen ganz genau, die müssten sich ja bei uns entschuldigen. Ihr müsst euch ja mal vorstellen, wie das ist. Man sagt denen im Vorfeld, ihr macht da gerade einen Riesenfehler, ihr werdet das bereuen, hört auf uns, ihr werdet in ganz, ganz fragwürdigen Zeiten aufwachen, tut das nicht. Dann haben die ja auf uns gezeigt, haben uns ausgelacht, haben uns ja als Schwurbler und so weiter bezeichnet. Und jetzt ist ja alles so gekommen, wie man es ihnen gesagt hatte. Und die Hemmschwelle ist so gigantisch groß, wie so eine Mauer, die können aus Scham nicht mehr über die Mauer klettern, um zu uns rüber zu kommen und sich ehrenvoll bei uns zu entschuldigen, weil das diese psychische, innere Blockade dieser Menschen ist. Dass das Krasse ist, dass diese Leute so innerlich getriggert sind und die haben so eine innerliche Belastung, dass die Stadt zu allem zu stehen und zu sagen, es tut mir leid, mir hat man da einen Bären aufgebunden, kommen sie immer wieder und versuchen dann immer noch, obwohl sie längst verloren haben, sie liegen 100 zu 0 in der 90. Minute zurück. Sie können diese Tore gar nicht mehr aufholen und versuchen dann trotz alledem immer noch irgendwie zu argumentieren, dass das doch richtig war und vor allen Dingen so billig und verrückt, dass man, wenn man das liest, so denkt, Äh, was? Die wurden nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen und trotzdem versuchen die, ihre Niederlage nicht zu akzeptieren oder wollen sie es auch nicht und fangen dann denjenigen an, zu diskreditieren und zu beleidigen, der nur davor gewarnt hat. Ja, er falsch lag bei Corona, bei der Wirtschaft, bei Inflation oder eben auch bei Bitcoin. Aber schreibt doch gerne mal dem Spiegel und Peter Bofinger, vielleicht können wir uns doch noch dazu bewegen, in den Diskurs zu gehen, mit einer zu reden, weil auch ich kann vergeben. Die Leute kommen nicht. Mach dir keine Hoffnungen, lieber Marc Friedrich. Diese Leute kommen nicht. Die werden nicht mehr kommen. Die werden für alle Zeiten versuchen, ihre Macht so auszunutzen, um uns, um jetzt so einen wie dich zum Beispiel, als verrückt weiter abzustempeln, obwohl man immer auf der richtigen Seite stand und vor allen Dingen für die Wahrheit gekämpft haben. Die werden nie wieder kommen und die werden sich vor allen Dingen auch niemals mehr entschuldigen. Es ist einfach so. Aus den entschwärzten RKI-Falls geht auf jeden Fall der Eindruck heraus, dass eine allgemeine Impfpflicht zwar wissenschaftlich nicht begründet war, politisch jedoch definitiv angestrebt wurde. In dem Protokoll heißt es zum Beispiel, eine Impfpflicht nur für ältere Menschen wird kritisch gesehen, dass ein falsches Signal für alle anderen Altersgruppen sein könnte. Also nach dem Motto, dass sie keine Impfung mehr bräuchten. Eine weitere Entschwärzung zeigt, dass der Schutz vor einer Omikron-Infektion durch einen Booster bei weitem nicht so hoch war, wie in diversen Booster-Kampagnen und Propagandashows behauptet wurde. Am 4. Januar 2022 schon notierte das Protokoll, eine neue Haushaltskontaktstudie aus DNK, also aus Dänemark, zeigt, dass die mRNA-Booster-Impfung einen 46-prozentigen Schutz vor Infektionen mit Omikron bietet, die zweifache Impfung jedoch nicht. Am 9. Februar wurde dann schließlich über die Impfpflicht beraten und diskutiert. Hier liest man Folgendes in den Protokollen. Auf der Datenbasis von Umfragen stagniert die Impfkampagne. Der Anteil der Impfgegner bleibt konstant. Ungeimpfte bleiben demnach weiterhin eher skeptisch gegenüber einer Impfung. Anreize werden hier nicht reichen. Guck mal, ne? Ich schwör's, ey, ganz ehrlich, es ist so unfassbar. Hier, ne? Es ist wirklich krass, das Wort hier, hinter mir ist es hier. Impfgegner. Es ist wirklich, es ist so peinlich, das Ganze, uns immer noch so zu diskreditieren. Es ist einfach nur sowas von peinlich, ne? Wirklich Leute dann auch noch mit so einem schmälernden Begriff zu bezeichnen. Es sind ja Gegner. Versteht ihr? Das Wort Gegner ist einfach da drin. Dass wir Gegner sind. Ja, wir sind Skeptiker. Ja, ist auch so. Weil wir das Vertrauen in diese Stoffe verloren haben. So, und da haben wir guten Grund zu. Ja, aber Skept, also, Gegner. Gegner sind wir. Es ist wirklich unglaublich. Da fehlt nur noch der Satz Querdenker. Aber die haben sich schon sehr Sorgen gemacht, ne? Die haben gesehen, die kommen nicht so weit. Das ist übrigens auch, guck mal, ich will es jetzt nicht wieder sagen, das ist übrigens auch einer der Sachen, die ich immer in meinen Sprachnachrichten gesagt habe, wo ich halt einfach gesagt habe, dass sie sich auch teilweise schwer tun, uns zu überzeugen. Und die haben stets zu jeder Zeit das Feld analysiert, wie die Quote denn aktuell steht, wie viele Leute den Zaubertrank denn dann genommen haben. So, deswegen ist das nämlich auch der Grund gewesen, warum es in anderen Ländern schon relativ normal weiterging und es bei uns so lange gedauert hat, dass alle Maßnahmen verschwunden sind und so weiter. Ja, deswegen hat es bei uns nämlich auch so lange gedauert. Weil man immer nicht noch die Hoffnung hatte, je mehr Maßnahmen man sich da zusammenstrickt, desto mehr Leute kann man eventuell noch in die Spritze bekommen. Ja, und das ist nämlich der wahre Grund dahinter gewesen. Weil ihr müsst nämlich nicht immer glauben, das habe ich euch schon so oft gesagt, dass die Elite da draußen mit ihren Plänen immer zu 100% durchkommen. Auch die machen Fehler. Auch die analysieren nicht immer alles bis ins kleinste Detail, sodass ein Plan, der dann mal steht, zu 100% immer so aufgeht. Weil er ist nämlich nicht zu 100% aufgegangen. Weil ich sage euch so, wie es ist, die Quote hier in Deutschland wird nicht so hoch sein, wie sie sich am Anfang ja, vielleicht zusammengesponnen haben oder wie sie das erwartet haben. Das sage ich euch so, wie es ist. Es gab nämlich dann doch am Ende des Tages mehr Widerstand so in Bezug auf den heiligen Zaubertrank, wo sie niemals mit hätten gerechnet. Ja, tolles Deutsch gerade. Wo sie niemals mit gerechnet haben. So, und darum geht es nämlich. Ja, sie haben einige Leute da reingetrieben. Ist richtig. Aber eben nicht so viele, wie sie sich versprochen haben. Da muss man auch mal ehrlich sein. Und deswegen sage ich ja aktuell, ich sage es hier nur noch mal, einmal, deswegen sage ich, das Momentum für eine Wiederholung dieser Zeit ist aktuell immer noch nicht gegeben und wird auch so schnell nicht kommen, weil man damit kein Geld verdienen kann mit den Zaubertränken. Weil man nämlich aktuell eine wirklich große kritische Masse vor sich hat und das werden die Leute so schnell nicht noch mal tun. Deswegen sage ich hier ganz klar, ein weiteres Mal wird es so schnell nicht mehr geben. Beratung und Öffentlichkeitsarbeit werden trotzdem weiterhin als notwendig und wichtig erachtet. Zusätzlich muss man sich auch mit der Gruppe von Ärzten auseinandersetzen, die eine Impfung ablehnen, da Empfehlungen von Ärzten im Allgemeinen sehr deutlich wirken. Heißt, man muss die Ärzte entweder monetär anlocken oder noch mehr unter Druck setzen, damit sie auch wirklich dem letzten Patienten sein Vertrauen missbrauchen und zur Impfung raten. Im Übrigen, mein Fazit, wie auf dem Zettel der Apotheke hier, im Übrigen halte ich Karl-Oderbach für untragbar. Er muss zurücktreten. Ich werde immer als Crash-Prophet diskreditiert, diffamiert. Dabei sind viele meiner Prognosen eingetroffen. Hey, guckt mal raus, Inflation, Geopolitik, Bitcoin, Gold, Uran, etc. pp. Aber einer der größten Blender und Karl-Atane, die Deutschland jemals gesehen hat, einer der größten Panikmacher, der wirklich ein Crash-Prophet ist und morgen geht die Welt und er genauso wird die Klimahysteriker, es aber nicht passieren wird, keine Sorge, der kann doch nicht Gesundheitsminister sein. Was macht es denn mit der Gesundheit, mit der mentalen Gesundheit, mit der seelischen Gesundheit der Menschen da draußen, wenn sie ständig in Angst sind? Angst vor einem Virus aus dem Labor, Angst vor seinen Mitmenschen, Angst vor seinen Liebsten, wir müssen uns spalten. What the f***? All das ist in sich zusammengebrochen und trotzdem ist dieser Mensch noch Gesundheitsminister und wird von uns bezahlten Steuergeldern und sitzt in den Talkshows, um seinen Unsinn loszuwerden. Ja, das habe ich ja auch schon öfters mal erwähnt, dass das ständige Angst erzeugen genau eben zum Gegenteil führt. Man redet ja immer davon, man ist ja nur zum Schutze der Bevölkerung, wir sorgen uns um ihre Gesundheit und man versucht immer irgendwelche apokalyptischen Vorhersagen zu unterbreiten. Vor allen Dingen jetzt auch aktuell. Ja, das muss man ja aktuell sehen. Der Höllensommer steht bevor. So heiß wie noch nie zuvor. Immer merkt ihr das in den Medien? Immer wieder ist es so lustig. Immer die nächste Apokalypse ist wieder da. Wir müssen uns schützen. Wir müssen schnellstmöglich über neue Maßnahmen nachdenken. Also was weiß das? Das merken die Leute gar nicht, wie sie ständig immer wieder in Angst leben beziehungsweise in die Angst hinein manövriert werden. Aber das funktioniert mit uns ja zum Glück sowieso nicht mehr, denn das hier, deswegen ist diese Show ja auch da. Deswegen ist diese Internetshow da, um eben den Leuten da draußen auch mal so ein bisschen ihre Angst zu nehmen und dass ihr vor allen Dingen auch mal wieder lachen könnt. Ja, ich hoffe, dass der jetzt der ein oder andere ist da draußen endlich mal verstanden hat, dass es hier auch darum geht, einfach mal herzhaft zu lachen. Ja, wenn ich mal aus Versehen einen guten Witz erzähle, ja, da kann man ja auch mal darüber lachen oder generell, wenn wir uns hier den ganzen Wahnsinn hier reinziehen, das ist dafür, um einfach mal aus der Angst zu kommen und einfach mal zu lachen und zu sagen, meine Güte, es ist ja eigentlich eine riesengroße Freakshow. Genauso sieht's aus. Es ist nur Show, Leute. Es ist eine riesengroße Show, die für euch da draußen inszeniert wird. Es ist nichts echt. Ihr sollt nur glauben, dass es echt ist, damit ihr wieder Angst habt. Deswegen kommt aus der Angst raus, beruhigt euch, trinkt einen Tee, ja, und dann geht's euch auch schon wieder besser. Die Sonne scheint, ja, zumindest aktuell nicht, aber da draußen wird sie jetzt bald wieder schön scheinen. Ja, legt euch in die Sonne und genießt auch mal das Leben, ohne euch ständig immer in Angst versetzen zu lassen. Dann lebt es sich nämlich schon deutlich besser. Wir sollten eine Petition starten, damit Karl Lauterbach endlich aus dem Amt entfernt wird, damit er zurücktreten muss und natürlich auch, wir brauchen eine Aufklärung. Er muss definitiv sich verantworten. Er ist einer der größten Panikmacher, der niemals Gesundheitsminister hätte werden dürfen. Eine Fehlbesetzung sondergleichen. Da haben wir ja einige in der Hampel-Regierung, wie ihr wisst. Und ich sage jetzt noch mal ganz offen und klar, Herr Lauterbach, bitte treten Sie endlich zurück. Sie sind derjenige, der während der gesamten Corona-Krise ein vehementer Befürworter von Schulschließungen war und sich jetzt öffentlich hinstellt und sagt, na gut, war vielleicht doch nicht ganz richtig, während sein Vorgänger, Jens Spahr noch, ein Buch schreibt mit dem Titel Wir werden uns viel verzeihen müssen. Die Frage ist, was macht das mit dir, wenn du liest, dass die Leidtragenden deine und meine Kinder waren und die Symptome für Depressionen bei Kindern und Jugendlichen während der Schulschließungen im Schnitt um 75 Prozent gestiegen sind? Wenn wir in den PISA-Studien immer weiter abdriften, wenn wir jetzt noch die Kollateralschäden erleben von zerstörten Familien und Freundschaften? Was macht das mit dir, wenn du zurückdenkst, wie viele Menschen im Alters- und Seniorenheim alleine sterben mussten oder nicht ihre Liebsten gesehen haben? Unsicher waren, was passiert da draußen gerade? Weil man die Familie getrennt hat aus Gründen der Solidarität. Was macht das mit dir, wenn du daran zurückdenkst, dass Jugendliche mit dem Polizeiauto durch Parks gejagt wurden, weil sie sich die Hand gegeben haben? Und den Mindestabstand nicht eingehalten haben. Das war ja das Lustige dabei. Schöne Grüße nochmal an die Polizisten, die damals in dem Streifenwagen saßen. Ihr seid die Helden. Ja, wunderbar. Ja, ich muss es hier leider auch mal sagen, weil ihr wisst es ja, ich bin ja da nicht so der Typ für, der da so dran glaubt, aber ich möchte natürlich jetzt auch hier nicht hier euch davon abraten oder so. Unterschreibt ruhig die Petition dafür, aber ich bin ganz ehrlich, ich halte von Petitionen nichts, gerade auch, wenn man einen Politiker aus dem Amt haben will. Aber gut, ja, ich werde es mir auch mal anschauen. Ich will hier wirklich jetzt auch nicht, dass ich jetzt wieder der miese Peter bin oder irgendwie sowas. Macht es bitte. Ja, vielleicht erreichen wir ja mit der Macht der Masse das, dass er vielleicht dann wirklich ausgetauscht wird. Aber ich sage euch so, wie es ist. Ja, ich bin jetzt eh wieder der Schwarzmaler, ja, aber er wird mal ausgetauscht, Freunde. Was glaubt ihr denn, wer da kommt? Ja, da wird Karl Lauterbach durch irgendeinen anderen ausgetauscht, der ähnlich kuriose Dinge macht. Aber gut, mehr sage ich dazu nicht. Was macht es mit dir, dass du nicht mal im Park auf einer Bank sitzen durftest, um ein Buch zu lesen? Was macht es mit dir, wenn jetzt herauskommt, dass die Masken eigentlich gar nichts gebracht haben, wie sie aber tragen mussten, wie ein Zeichen der Sklaverei in Zügen, aber vor allem auch die Kinder in Schulen, die Kopfschmerzen hatten und die vielleicht auch irgendwie dachten, was geht hier ab? Die niemals die Physiognomie anderer gesehen haben, die jetzt soziale Probleme haben, jemandem die Hand zu geben oder auf Berührungen zu reagieren. Was macht es mit dir, wenn Freundschaften, aber auch ganze Familien zerbrochen sind aufgrund von Abstand, Spritzen und irgendwelchen anderen Maßnahmen? Was macht es mit dir, wenn diejenigen, die doch vor zwei Jahren ohne den geringsten Skrupel, Freunde, Bekannte, aber die Ungeimpften generell aus dem gesellschaftlichen Leben gedrängt haben, nur zu tun, als wäre nie etwas gewesen? Was macht es mit dir, wenn du nun siehst, dass Menschen, die sich aufgrund des sozialen Drucks haben impfen lassen, nun an Impfnebenwirkungen leiden und die Politik wegschaut, weil es diese Probleme eigentlich gar nicht geben darf und natürlich, dass dann nicht die Impfhersteller dafür haften, sondern dank der Pfizer-Verträge, die großartig ausgehandelt worden sind von der niemals demokratisch legitimierten Ursula von der Leyen wie Steuerzahler? Ja, was das mit mir macht, ehrlich gesagt, macht das gar nicht so viel mit mir, außer, dass mich das eigentlich alles nur bestätigt und ich da auch so einen gewissen Seelenfrieden finde. Ja, habe ich ja schon mal darüber geredet, ja, in den letzten Jahren, es war zwar eine sehr schreckliche Zeit, aber einerseits habe ich tatsächlich auch sehr viel Seelenfrieden gefunden, auch wenn der ein oder andere jetzt höchstwahrscheinlich verdutzt reinschaut und denkt, was? Ja, ich habe sehr viel Seelenfrieden gefunden, weil, ihr müsst euch mal so vorstellen, nur wirklich in aller Kürze, ich bin ja schon ein bisschen länger erwacht und diesbezüglich habe ich ja schon Jahre vorher vor dem großen Staatsstreich über viele Dinge geredet, so in privaten Kreise und so weiter und ich wurde einfach immer ausgelacht, grundsätzlich und ich wurde immer so ein bisschen als der Verschwörer abgestempelt. Ja, und als dann im Jahre 2020 sie so den Fuß in der Tür hatten und man dann gemerkt hat, oh, okay, jetzt ist es schon ein bisschen was anderes als sonst, habe ich so, je mehr Monate vergangen sind, immer mehr Seelenfrieden gefunden, weil man dann einfach gesehen hat, ja, ich bin wohl doch nicht so der große Verschwörer, sondern es hat alles Hand und Fuß, was ich sage und ich wurde dann tatsächlich innerlich, obwohl ich natürlich auch sehr viel Stress hatte, wurde ich aber einerseits immer ruhiger, weil ich einfach für mich gesehen habe, diese ganzen Jahre im Vorfeld waren nicht umsonst, sondern sie haben mich scheinbar auf eine Prüfung vorbereitet, die ich zu bestehen habe und deswegen kann ich euch da draußen nur eine Sache mit auf den Weg geben, höchstwahrscheinlich einer der wichtigsten Lehren, die ihr in eurem Leben haben könnt und es höchstwahrscheinlich auch selber wisst, aber vielleicht guckt jetzt mal ein junger Zuschauer zu, vielleicht ist ja mal jemand da, der wirklich sehr jung ist, ich sage dir eine Sache, du machst nichts umsonst im Leben, alles was du tust, alles was du irgendwann mal aufschnappst, ist nicht umsonst, ich sage es dir, auch wenn du vielleicht manchmal da sitzt und dir jetzt denkst, wofür brauche ich das jetzt in dem Moment, du wirst es irgendwann brauchen, es klingt zwar jetzt völlig abgedroschen hier an der Stelle, aber nichts was du tust, ist umsonst, vor allen Dingen, wenn du dich auch einliest in gewisse Themen und wenn du dich mit dem großen Ganzen auseinandersetzt, wie ich immer so schön sage und du irgendwann vielleicht an den Punkt kommst und dir sagst, wofür mache ich das überhaupt alles, ja genau deswegen machst du das, weil irgendwann kommt nämlich wieder eine große Prüfung auf dich zu und dann bist du froh, dass du im Vorfeld dir einiges angeschaut hast und die Lügen enttarnen kannst und vor allen Dingen entlarven kannst und dann wird es dir genauso gehen wie mir, dass du dir sagst, ach, jetzt finde ich irgendwie gerade meinen Seelenfrieden, ich bin ja gar nicht derjenige, der jetzt so panisch durch die Gegend läuft, so wie all die anderen Menschen da draußen und die Angst vor der großen Apokalypse haben, sondern man selber ist entspannt und kann sich, auch wenn es jetzt sehr verrückt klingt, sich die Show anschauen und sagen, meine Güte, ist das irgendwie total lustig und du bist ruhig und gerade wenn du ruhig bist, innere Ruhe hast, dann triffst du sowieso immer die besten Entscheidungen und dann machst du nämlich in der Regel keine Fehler. Also, denk mal darüber nach und handel vor allen Dingen danach. Was macht es mit dir, wenn jetzt fast jede Verschwörungstheorie wahr geworden ist? Was macht es mit dir, wenn Menschen, die berechtigte Zweifel an Maßnahmen und Impfungen angemeldet hatten, als rechtsdiffamiert worden sind, als Querdenker oder Nazis und wenn diese Zweifel sogar ihren Beruf oder ihre Existenz verloren haben? Was macht es mit dir, wenn wahre Wissenschaftler, wahre Experten wie Bhakti, Vordak und Co. Recht behalten haben, dafür aber monatlich hinweg als rechtsabgestraft worden sind und sogar des Landes sozusagen fliehen mussten? Was macht es mit dir, wenn du heute Abend ins Fernsehen schaust und keiner dieser Politiker zurückgetreten ist, sondern immer noch da sitzt in einer Selbstgefälligkeit, Sondergleichen und nur auf die nächste Krise wartet? Bist du bereit zu verzeihen? Bin ich bereit zu verzeihen? Nein, wir brauchen endlich eine wirkliche Aufarbeitung dessen, was in den letzten zwei Jahren passiert ist und dann können wir verzeihen. Das Ganze ist nicht mit einem Buch abgetan oder mit einer kleinen Entschuldigung vor der Kamera. Denn eins ist klar, wenn die letzten Jahre keine Konsequenzen haben, dann werden sie es wieder versuchen. Wir haben gesehen, wie schnell und vor allem wie leicht es ist, einen Großteil der Menschen in einen Zustand der dauerhaften Angst, der Massenpsychose zu versetzen und mit einem Schlag sämtliche Grundgesetze außer Kraft zu setzen. Und ich werde so lange darüber berichten, bis die Verantwortlichen tatsächlich zur Rechenschaft gezogen werden, um die Gesellschaft wieder zu heilen. Und denkt immer daran, wegen eurem Mut, wegen eurer Standhaftigkeit, wegen eurer Menschlichkeit, wegen den Menschen generell da draußen, wegen wahren Experten, die auch während Corona ihren Mund aufgemacht haben, die Rückgrat bewiesen haben, die auf der richtigen Zeit der Geschichte stehen wollten, ist die Welt da draußen immer besser, als wir glauben. Herzlichst, euer Marc. Ja, so sieht's aus. Genau so. Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Auch ich sage hier, es wird ohne eine vollumfängliche Aufarbeitung von meiner Seite kein Verzeihen geben. Definitiv nicht. Ja, was glaubt ihr denn da draußen? Ja, ihr versucht uns aus der Gesellschaft auszugrenzen. Ja, diffamiert uns, diskriminiert uns, ächtet uns und dass wir dann euch einfach verzeihen werden? Auf gar keinen Fall. Ja, es wird eine Aufarbeitung geben oder wir werden niemals wieder ein vollwertiges Teil dieser Gesellschaft sein. Wir werden unseren Weg schon irgendwie finden und vor allen Dingen versuchen wir es auch gar nicht erst, eure Gesellschaft wieder zur Heilung zu bringen. Also, wir können es nur gemeinsam schaffen, indem ihr euch endlich auf die Aufarbeitung einlasst oder ihr arbeitet weiter gegen uns. Aber ich kann euch hier nur einen Tipp mit auf den Weg geben, der vielleicht gar nicht so schlecht für euch ist. Eure Zeit läuft, nicht unsere. Ja. Wir haben einen langen Atem und wir werden den auch einsetzen. Ich sag mal so, wir können mehrere Bahnen tauchen, bis wir dahin kommen, wo wir wollen. Für einige Leute da draußen, da reicht die Luft nicht ganz so, um die Bahnen auch wirklich bis zum Ende durchzutauchen. Macht euch da mal Gedanken drüber, was ich da gerade eigentlich mit gemeint habe. In diesem Sinne, geht auch auf das Originalvideo von Marc Friedrich, lasst da auch nochmal ordentlich Resonanz da. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Jetzt könnt ihr wieder heiß diskutieren in den Kommentaren, wie ihr das Ganze seht. Aber ich denke mal, was das Thema angeht, sowieso alle derselben Meinung. In diesem Sinne, macht es gut. Dankeschön und ciao. Ciao.